Hey Kameramagier, ich habe einen schwerwiegenden Fehler gemacht und ich möchte mich dafür entschuldigen. Und dieser Fehler wiegt so schwer wie Blei in deiner Timeline. Und zwar habe ich, als ich mein erstes Title Pack erstellt habe, ja, das, was es for free auf meiner Webseite gibt, einen Fehler gemacht mit den Nodes und sie sind einfach nur bleh. Und es ist außerdem ein ganzes Jahr her, seitdem ich es gepublished habe. Und ich habe mir gedacht, setz dich mal da dran und update das jetzt mal auf DaVinci Resolve 17. Und das habe ich getan. Und es ist jetzt für jeden einsehbar, for free und wiegt nicht mehr wie Blei in deiner Timeline. Und wenn du dir Bock hast, das mal anzugucken, dann schau mal unten. Und wir gucken uns demnächst das Ding hier an. Uh, habe ich Bock. Ja, vielleicht, wenn ich das bis morgen angeschlossen kriege, vielleicht mache ich da einen Livestream. Mal sehen, ich weiß es noch nicht. Bis dahin, kurzes Update meinerseits. Ciao.